Wie kann PIKO durch das respektvolle Umgehen, durch ihre Einfachheit und von Anfang an spürbare Menschlichkeit überzogen und für diese Eigenschaften lohnt es sich definitiv mitzumachen und mitwirken. Wenn zum Beispiel Not am Mann ist, wenn in der Holzabteilung zum Beispiel viel fehlt, dass dann wirklich auch die Leute vom Büro runterkommen und auch tagkräftig mithelfen. Wenn man sich für die Lehre bei PIKO entscheidet, dann hat man die Chance in ganz verschiedene Abteilungen hineinzuschauen und so neue Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. Als ich am ersten Tag hier zu der PIKO zur Tür hineingelaufen bin, haben mich alle so herzlich begrüsst gehabt und das war wirklich so ein tolles Gefühl und ich hätte es mir nicht besser erhoffen können. Ich habe mich für PIKO entschieden, weil es sich anfühlt wie eine grosse Familie. Egal was für Probleme oder Fragen du hast, du bist immer ganz herzlich von ihnen aufgenommen. Sehr familiär, sehr respektvoll und extrem hilfsbereit. Zusammen arbeiten wir irgendwie immer alles. Wir sind bodenständig, leben keine Legalität und arbeiten jeden Tag mit vollem Herzblut für unsere Traditionsmarken. Wir werden schon hier ein Teil der PIKO-Familie werden. Für. E. Tiefen. Sonde. Stopp!